Jetzt geht's dros mit der Shit Show mit Sturmwaffel Schlechte Spiele und gute Laune mit Sturmwaffel Da ist ein Like da Hä, hm 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 Ha Und ihr meine Freunde, ihr Liegt nur Zeichnen und alle willkommen zurück zu einer weiteren Folge Google Feud Heute zusammen mit mir und mir Lang kam keine Folge mehr, es hat euch immer eigentlich mega gut gefallen Wenn euch das auch dieses Mal gut gefallen sollte, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen Und natürlich auch diesen Kanal bitte abonnieren Ich will nur eine Million abonnieren, damit ich es zu allen Leuten sagen kann Guck, selbst wenn man fett und hässlich ist, kriegt man eine Million Abos Okay, obwohl Revi hat's auch geschafft, ey Wir fangen heute natürlich wieder an fantastisch mit dem wunderbaren Begriff Kultur Und müssen wieder ergänzen, was als meistens gegoogelt wird, je nachdem was da gefragt wird Siehe Kultur McDonalds vs. Burger King Googeln sicherlich sehr viele Number 2 McDonalds vs. Subway McDonalds vs. Was zur fucking Hölle war das? KFC Digga Ich hab noch nie so viele Punkte in der Runde gemacht Wendy's vielleicht Digga Alter, übertreibt mein Leben Ich hab echt ein Fassbrot-Problem Pizza hat Pizza hat, ja, okay warte Und? Was? Okay, das scheint nicht mehr so cool zu sein Dann hat aber DJ Bobo früher drüber gesungen, Alter Nimm ein Taki-Frei-Chicken und eine Pizza Hat McDonalds McDonalds Taki-Frei-Chicken und eine Pizza Wer das noch kennt Hat seriöse Probleme Und worüber wir alle mal nachdenken sollten ist Wie viel fucking Kohle hat DJ... Ne, wer war denn das hier? Anton aus Tirol war das Anton aus Tirol Schau mal vor, wie viel Kohle Anton aus Tirol damit gemacht hat Ötzi? War es DJ Ötzi oder Anton aus Tirol? Keine Ahnung, Alter War eine abgefuckte Jugend Deutsche Musik Rosen Joghurt TH? Fuck! Chicago Warte jetzt Ich schmeck da im Magazine mit Chicago Problem, nächste Runde Ab in die Menschen I think my dad is... Warum... Also es ist ein toller Folgentitel so Aber es wird sowieso so sein Das... 100 pro... Oh... Gay... Komm... Gib mir... Top... Höchstwahrscheinlich Top I think my dad is gay Gut... Was ist denn my dad noch? Mörderer Okay... Hiding... Something... Haps... 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 Also das ist 100 pro Fake, dass jemand googelt, dass die glauben, dass er voller Batman ist, Aber ich glaube, es gibt mindestens eine Handvoll Personen da drauf. Wirklich, ich glaube, dass hier ein Batman ist. Zweite geht's. Batman. Oh Gott, ey. Fragen wir doch mal was. Was ist die Adresse von... Ihr kennt mich. Ich meine, ihr kennt mich. Ich hab da nichts... Alles klar, gut. Warte, was? Welche Adresse wollen denn viele Leute? The White House. Fuck yeah. Ich hab was richtig gedacht. Und das, meine Damen und Herren, war, was passiert, wenn das erste Mal jemand wirklich nachdenkt und erfolgreich dabei ist? Drei Jahre Studium? Ja, noch nicht passiert. Trump. Das Element 17? The fuck? Und warum wollen alle zum Walmart in Dodgeville, Wisconsin? What the fuck? Ist das cool da? Vielleicht mal ein kleiner Walmart-Trip oder so. Vielleicht Sponsor. Schreib mich doch mal an. Ruf mich mal an. Viel Geld. Danke. Nickelback ist... Wissen wir schon... G... Was? 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 Das ist meine allererste Folge Google Feud, aber Nickelback noch gay und jetzt ist Nickelback nicht mehr gay? Was? 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 Ich komm nicht klar. Was? Cool jetzt vielleicht? Auch nicht. Gut. Very good? Warum ist Nickelback nicht mehr gay? What the fuck, Alter? Gut, dann würde ich sagen. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst den Aumen nach oben da. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal wieder, wenn ihr das sehen wollt. Ich habe natürlich mit Videobeweis schwör festgehalten, dass Nickelback gay ist krä. Also von da 20.000 Likes, dann, keine Ahnung, guckt das Video an. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön, falls ihr diesen Kanal abonniert habt. Wir werden irgendwann die Millionen nicht knacken und tschüss. Das hat mir noch schon erzählt.